Hey, viele von euch haben schon mitbekommen, dass ich hier so gut wie gar nichts mehr mache. Das heißt aber nicht, dass ich gar nichts mehr mache, sondern dass ich einfach nur sehr viel woanders mache, nämlich auf Instagram. Dort habe ich vor kurzem eine Kanalvorstellung gemacht und die fand ich halt eigentlich ganz cool. Deswegen dachte ich mir, warum lade ich sie nicht hier auch nochmal hoch für jeden von euch, der eben nicht auf Instagram unterwegs ist. Vielleicht überzeugt es euch ja mal auf der Plattform vorbeizuschauen. Viel Spaß damit. Prost neues Jahr, by the way. Hey und willkommen auf meinem Instagram Kanal. Mein Name ist Alex, ich bin 26 und Umweltaktivist aus Köln. Mein Ziel ist es, so viel Gutes zu tun, wie ich kann, unter der Voraussetzung selber noch glücklich zu sein. Warum habe ich mich denn jetzt so dem Umweltschutz verschrieben? Naja, zum einen sterben gerade so viele Lebewesen aus, wie seit den Dinosauriern nicht mehr. Die Weltuntergangsuhr steht auf 2 vor 12 und der Klimawandel gilt als einer der Hauptursachen für Migration. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir alle Hoffnung verlieren sollten, denn gleichzeitig war auch die Umweltschutzbewegung noch nie so groß wie jetzt. Und es war noch nie so einfach, etwas für den Klimaschutz zu tun. Das zum Beispiel. Was total hilft, ist sich mit anderen Leuten zu vernetzen. Ich bin zum Beispiel Mitgründer vom Verein Zero Waste Köln, bin Mitglied bei den Grünen und aktiv bei Fridays for Future. ProVeg ist noch eine Initiative, die ich total unterstützenswert finde. Aber auch soziale Themen wie Blut- oder Organespenden, DKMS, Mental Health und Gleichberechtigung finde ich total wichtig. Wir können nichts fürs Klima tun, wenn es uns selber nicht gut geht. Deswegen werde ich auch solche Themen von Zeit zu Zeit behandeln. Zum Schluss noch drei Punkte, die häufiger vorkommen, weil der Klimawandel auch nicht auf der Grenze aufhört. Und da titel ich alle meine Videos auf Englisch, rede aber trotzdem auf Deutsch, weil das die Vernetzung hier einfach einfacher macht. Mein Geld verdiene ich als freiberuflicher Videomensch sozusagen, im Bereich Nachhaltigkeit und Soziales. Dabei ist es mir aber ganz wichtig, nur so viel zu arbeiten, wie ich wirklich brauche, damit ich noch genug Zeit habe für Ehrenamt und politisches Engagement. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie mir einfach. Entweder hier in das Kästchen rein oder per Direktnachricht. Kommunikation ist mir total wichtig, deswegen habt keine Scheu. Alles klar, wir sehen uns. Tschüss. Komm es auf. Tschüss. Sehr geil. Love you.